Frank Orlowski, ich bin für das Europa-Geschäft von CONSOL verantwortlich. Und für was hast du einen Preis gewonnen? Best Next Generation Infrastructure B2B. Für unseren Teil ist es primär für Geschäftskunden zuverlässige, robuste Infrastrukturen zu liefern, am Internet vorbei, aber basierend auf Internet-Technologien. Wer braucht das? Alle Geschäftskunden. Das Internet wird in der jetzigen Form nicht maskulieren. Jeder Geschäftskunde, der Cloud nutzen will, kommt an uns nicht vorbei. Rechenzentren sind super solide, Cloud Computing ist super solide, das Internet is the last piece to fill.